Okay Ich frage mich was passiert ist Eine Frau wurde getötet Abgeschlachtet Hier geht's auch weiter Okay Ich gehe glaube ich wieder zurück Weil Naja Immer alles Immer überall was umschauen Ich gehe jetzt mal diesen Weg Da ist eine Tür Es geht draußen Es geht hier nach draußen Ne da möchte ich noch nicht hin Hallöchen Oh Das könnt ihr wirklich mal selber lesen So Ach Jetzt bin ich wieder hier Anscheinend zu Wir sind im Badezimmer Es hat viele Zimmer Und was meins betrifft Nun ja Es hat auch seine Geimkammern Ja Hier zum Beispiel Ne Okay Okay Ähm Anscheinend ist es nur ein Weg Nach draußen zu gehen Aber wir gehen noch nicht raus Wir gehen jetzt mal Hier lang Schon wieder ein Anruf Hallo Mandus Mandus Do you know me Onse namus Mandus Who are you Where are my children Trapped Mandus Far below us The machine is fouled It is breached It is flooded The bulkheads are down The children are engaged If you help me I can help you release them Restore the power Mandus Drain the flooding And restart the great engines Ah Where should I go Hello Hello Alles klar Wir müssen einen Motor Aktivieren oder Naja Sauber machen oder wie auch immer Ich denke ja auch die Story nicht so gut Okay Ich höre irgendwas Ach daran erinnere ich mich Ganz leicht Das Wir gehen erst mal da Ist zu Okay ähm Elefant Nilpferd Wo ist das noch Mäher Und Eine Spinne Da gehe ich schneller weg Weil ich hasse Spinnen Warum können wir nicht ein Gewehr nehmen So wir gehen hier raus Machen Kinder Ähm Okay Kinder Warte mal Kann ich damit irgendwas machen Okay Damit kann ich nichts machen Muss ich da Die Kinder Die Kinder haben den Weg blockiert Okay Okay Ich habe mehr Angst Hier drinnen zu sein Als da draußen Also bitte Lass mich draus Hä Wo muss ich denn hin Wo muss ich denn hin Ähm 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 Über Bär und Badewahn nach der Party Namen sie Muss ich da wieder hin Wo muss ich da wieder hin Wenn ja Wo muss ich hin Das ist zu Wir sind hier wieder im Badezimmer Boah Habe ich mich gerade erschrocken Die Frage ist Die Frage ist Oh no Schränke sind auch zu gesperrt Okay Interessant Sind das Tote Mäuse Okay Okay Stellt mich hier Jetzt ein bisschen laut Tut mir leid Falls es jetzt ein bisschen laut wird Kann ich da Drauf Ich kann nichts mehr damit machen Kann ich irgendwas nehmen Ach jetzt muss ich Andere Seite Okay Oh nein Ich erinnere mich Wenn Licht flackert Bedeutet nichts Gutes In diesem Spiel Dann kommen diese Monster Scheiße Was war das denn Hands are bleeding Raw I scrub and scrub But the smell will not lift How can I hold my children With these hands now How can I kiss them goodnight With lips that have issued Such instructions Okay Jetzt bin ich ein bisschen Paranoid Warte mal Licht an Hier ist jemand Wohin gekommen Jemand blutet Es wird doch Blut Scheiße Okay Wir gehen schnell raus Oh man Er ist doch gerade ausgelaufen Er hat den Weg freigemacht Wegehen mal durch Okay Okay Geh mal durch Oh jeisse Ja, mein Lieber Du bist Hier durchgegangen Dann Bist du von dort aus Hier durchgegangen, oder was? Alter, ich hab so Angst, ne? Okay, hier ist nichts Überhaupt nichts Ich dachte schon, dann ist irgend so ein versteckter Schalter wieder Vielleicht kann hier was versteckt sein Man muss nur lang genug suchen, ne? Ähm Ja, wohl Ja, nicht Wir gehen hier durch Ist alles zu, also Wir können doch nicht weiter Äh Ich weiß nicht, wo ich hin muss Ich bin hier wieder Hier Ich durchsuche schnell mal alles Und dann Bernde ich die Folge Moment mal Wir sind wieder hier Dann Moment mal Ich muss nochmal alles durchgucken Muss ich Irgendwas machen Irgend zur anderen Seite, glaube ich, oder? Oh, ich merke Hier ist ja Blut Und dann Werden die bestimmt die Leichen Hier Dort Abtransportiert Sehr schön Sehr schön Wunderbar Ach, genau Genau Hier war doch irgendwas mit den Tieren, oder? Oh, ich dachte schon Es war aber nur eine Benachrichtigung Vielleicht du? Hallo Alter, nee Was soll ich hier machen? Irgendwas mit Lymphadenfell Schweinemaske wieder Es geht nicht Man scheint muss ich hier was tun Ich frag mich nur was Piano spielen Ich erinnere mich nicht mehr an ein Spiel Tut mir leid Geige spielen Vielleicht kurz nach oben Ich erinnere mich gar nicht mehr Okay, hier ist alles zu So, außer hier Da kann ich ja nicht zurück Hm Och F Kenniatflug that was Bedeutung Ich Ich K Sprach Untertitelung des ZDF, 2020